Eingangsmarkise für das Penta. Für unsere Penta-Modelle können Sie solch eine Eingangstürmarkise bekommen. Die wird jeweils auf die Eckelemente gesetzt. Sie haben ja immer so halbschräge Elemente und in der Halbschräge können Sie ja das Teil rausnehmen. Davor könnte man jetzt so eine Eingangstürmarkise montieren. Die Montage ist denkbar einfach. Einfach eine Querstange unter dem Vordach montieren und dann das Ganze nach vorne rausbauen. Das geht relativ einfach und relativ schnell und man hat einen geschützten Eingangsbereich.